wenn uns jetzt noch was entgegen kommt also wir müssen jetzt definitiv nach hause das was wir haben das beste draus machen da ich auch nur noch ungefähr so 10 20 minuten hier habe muss ich mich auf den weg machen denn ich habe ja fütterungszeit bei der kleinen ich habe die nachtschichten gerade übernehmen und ich bei einer stunde nicht oder zwei stunden ins bett gehe spiele ich in der zeit und meine frau übernimmt dann die anderen schichten die ich damit nicht schlafen verhalten da jetzt einmal so besser ausgelegt so hier so und wird das mal hier meine jüte geht doch ja ich glaube unten lang weil ich muss ja irgendwie sowieso hier rüber und soweit ich weiß war ich nicht ganz oben gewesen dankeschön du hast dich mal von mir hingestellt also wolltest du um ihn als kannickelfutter landen äh menschenfutter meine ich bin ja kein mensch ich bin der letzte überlebende der menschlichen zivilisation das schlimme ist ich bin so jung ich habe noch das ganze leben von mir wenn ich jetzt 80 wäre und ich wäre der letzte überlebende wäre das ja kein problem hätte ich ja kurze zeit und das wäre okay aber so muss ich den ganzen mist ertragen hier map super dem will ich aber nicht was soll das von irgendeinem kannickel ab ablenken aus Ach ja. Ich glaube ich habe hier was gesehen, oder auch nicht. Bei den ganzen Unkraut hier wirklich, was man hier Natur nennt, sehe ich im Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber ich denke mal wir machen, wir schlagen uns eigentlich ganz gut derzeit. Nur die Tiere kommen eben nicht so wie sie sollen. Dankeschön. Wenn ich jetzt noch eins bekomme, wäre es natürlich super, dann hätte ich alle. Mit dem bearbeiteten Leder, warum das so viel Leder braucht, frage ich mich. Das ist das teuerste abgewählt überhaupt und auch das anstrengendste. Muss ich zugeben. Vor allem braucht man hier einen Jägerblick. Während man sich bewegt, muss man auf das achten, was sich von der Bewegung, die man selber hat, auch nochmal bewegt. So. Blöder Felsbrocken. Da waren Kanicke gewesen. Aber auch ein Felsbrocken, der mit dem Weg war. Gut, mal gucken, ist hier was. Ne. Hier sehe ich nichts. Aber wo bin ich überhaupt? Wenn ich hier lang laufe, komme ich in die andere Richtung. Ne, da steht was. Sag ich doch. Na, dann lasse ich mal. Ich dachte, die Wilder wollte mich gerade angreifen. Mal gucken, wie es hier aussieht. Wildschwein, Fuchs. Dann ist hier bestimmt auch ein Kanicke irgendwo. Okay, die Frage ist, wo? Hat der eigentlich mal, ich wollte gerade nur schießen. Ähm. Nicht die nächste. Ich bin auf jeden Fall zu Hause bei mir. Bei mir im Schlafzimmer bewegt sich was. So. Da war noch nichts. Mal gucken. Hm. Wie sieht das denn aus? So. Bearbeitetes Leder. Nochmal vier. Wie fahren wir denn jetzt? Zehn Stück. Upgrade. Nicht genügend Material. Nägel. Wirklich. An irgendwas hängt es immer. Jetzt aber. Schaut euch das mal an. Jetzt kann ich sogar die Dinger hier bauen. Freigeschaltet. Alles freigeschaltet. Das war mein Ziel. Und jetzt speichere ich mal ab. Bevor mir das verloren geht. Das Ding ist fertig. Das Ding ist fertig. Und das Ding ist fertig. Wir haben alles geupgradet. Hier. Oder doch nicht. Doch. Alles geupgradet. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel Forschung wir überhaupt noch haben. Wir haben 99 Forschung. Wir haben aber hier noch einiges zu machen. Ähm. Ja. Hier ist auch noch ein bisschen was zu machen. 500. Da müssen wir auf jeden Fall ganz schön optisch auf die. Ah ja. Auf Suche gehen. Damit wir das alles schaffen. Das mache ich aber später. Und verabschiede mich erstmal. Bis dann.